Warum ist das weltweit einzigartige Bio-Swing-Pendel-Prinzip besser als das herkömmliche Gymnastikball-Prinzip? Beim herkömmlichen Gymnastikball-Prinzip muss der Sitzende die starke Labilität und die ständige Gefahr des Kippens bewusst durch große Bewegungen ausgleichen. Dadurch wirkt es destabilisierend und ermüdend. Die Einstellung der Augen in der Vertikalen ist nicht gewährleistet. Die Konzentration ist gestört und es führt auf Dauer zu einer Becken- und Wirbelsäulenschiefhaltung. Das Bio-Swing-Prinzip der rhythmischen 3D-Technologie im 3D-Sitzwerk ermöglicht schon bei kleinsten Bewegungen des Sitzenden eine kontrollierte Bewegungsfreiheit der Sitz- und Rückenfläche und realisiert somit eine körperzentrierte und ergonomische Körperhaltung ohne seitlich abzukippen. Dadurch wirkt es stabilisierend, aktivierend und entspannend. Der Rücken wird unbewusst dynamisch stabilisiert. Konzentration und Leistungsfähigkeit bleiben für die eigentliche Aufgabe erhalten. Der Sitzende bewegt sich automatisch im Rhythmus seines Körpers, ohne dass er daran denken muss. Und das auf eine unnachahmliche Weise. Bio-Swing. Fühlt man, spürt man, wirkt. Ein permanentes Training für Körper, Geist und Seele, durch das man auch während des Sitzens gesund und fit bleibt und sich wohl fühlt.